8 Symptome, die ein Anzeichen für eine vergiftete Leber sind Eine überlastete Leber kann sich über die Haut bemerkbar machen. Wenn du an Hautproblemen leidest, solltest du den genauen Ursachen nachgehen. In unserem heutigen Beitrag geht es um Lebergesundheit und die Anzeichen für eine vergiftete Leber. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe in unserem Körper und wesentlich für eine gute Lebensqualität. Sie ist für das Filtern des Blutes und für das Beseitigen der Reststoffe zuständig, die der Körper nicht mehr benötigt. Außerdem ist die Leber für die Ausschüttung einiger Hormone mitverantwortlich und hat zudem eine metabolische Funktion. Sie spielt auch eine führende Rolle in der Synthese der Kohlenhydrate und Lipide. Des Weiteren ist sie für die Speicherung verschiedener Vitamine zuständig, die für die Gesundheit essentiell sind. Verschiedenste Umstände können jedoch die Funktionstüchtigkeit der Leber beeinträchtigen. Wenn sie gut funktioniert, arbeitet sie den ganzen Tag, um den Organismus sauber zu halten. Aber die erhöhte Belastung durch Giftstoffe kann dazu führen, dass ihre Funktion gestört wird. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, jede Auffälligkeit im Auge zu behalten und so früh wie möglich zu handeln, sobald Symptome darauf hindeuten, dass etwas nicht in Ordnung ist. Anschließend findest du 8 Anzeichen für eine vergiftete Leber, die dich direkt zum Handeln veranlassen sollten, wenn du sie festgestellt hast. Anzeichen für eine vergiftete Leber Erste Ungewöhnlichkeiten in Urin und Stuhl-Urin-Farbe Die Veränderungen von Geruch und Farbe des Urins und des Stuhls können ein Merkmal für die schlechte Funktion der Leber sein. Obwohl auch Verdauungsprobleme dafür verantwortlich sein können, sind sehr oft Leberprobleme die Ursache. Der Urin einer gesunden Person hat eine blasse, gelbe Farbe, während der Urin eines Gelbsucht-Patienten oftmals einen dunklen Gelbton aufweist. Genauso wie beim Urin, kann auch ein sehr heller oder dunkler Stuhl darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt. Zweite Ein entzündeter Darm Auch wenn die Entzündung des Darms mit vielen gesundheitlichen Problemen zusammenhängen kann, sollte man nicht ausschließen, dass dieses Problem durch ein Leberleiden verursacht wird. Anhaltende Krämpfe, vermehrte Gasbildung sowie ein schwerer Gefühl treten vor allem bei einer überbelasteten oder vergifteten Leber auf. Dreite Hautprobleme Hautprobleme Die überschüssigen Gifte, die sich in der Leber sammeln, haben meistens spürbare, negative Folgen für die Gesundheit der Haut. Unerklärbare Hautirritationen oder trockene Haut und Akne sind Warnzeichen dafür, dass die Leber an einer Überlastung durch Schadstoffe leidet. Auch wenn man Hautprobleme mit verschiedenen Behandlungen reduzieren kann, sollte man sich in diesem Fall überlegen, die Leber zu entgiften, um das ursächliche Problem zu behandeln. Vierte Sodbrennen und Gastroösofagal Rückflussstörung Sodbrennen und Reflux sind verbreitete Probleme, insbesondere bei Personen, die sehr reichhaltige und schwere Gerichte essen. Als erstes muss die Ursache für dieses Problem herausgefunden werden, denn es könnte sich auch um eine Reaktion des Magens auf die Ansammlung von Giftstoffen in der Leber handeln. Fünfte Physische und Geistige Müdigkeit Müdigkeit Physische und Geistige Müdigkeit kann durch die tägliche Überbelastung oder durch ungesunde Gewohnheiten entstehen. Doch Müdigkeit kann, wenn sie wiederkehrend und ohne erklärbaren Grund auftritt, auch ein Warnsignal für Leberprobleme sein. Lethargie Konzentrationsschwierigkeiten und körperliche Schwäche können entstehen, wenn sich zu viele Schadstoffe im Blutkreislauf befinden. Sechste Flüssigkeitsretention Entzündungen im Gewebe können einen Flüssigkeitsrückstau zur Folge haben, der durch eine schlechte Leberfunktion verursacht wird. Selbst wenn dieses Symptom häufig bei Patienten mit Nierenbeschwerden auftritt, kann es auch ein Anzeichen für eine vergiftete Leber sein. Dies zeigt sich meistens neben der Flüssigkeitsretention auch in geschwollenen Beinen. Siebte Gelbe Haut Gelbes Auge Bei vergifteter Leber Gelbe Haut deutet auf Gelbsucht hin, denn dabei kommt es zu einer erhöhten Konzentration von Bilirubin. Dieses durch die Gala hergestellte Pigment, das eine wichtige Rolle in der Verdauung spielt, kann durch das Problem der Leber, die Abfallstoffe aus dem Blut herauszufiltern, zurückgehalten werden. Achte Verringerung oder Verlust des Appetits Der Verlust des Hungergefühls kann durch viele Krankheiten oder auch durch emotionale Umstände ausgelöst werden. Trotzdem ist es empfehlenswert, diesem Problem Aufmerksamkeit zu schenken, da es in einigen Fällen auch durch eine Lebererkrankung ausgelöst werden kann. Dadurch kann es zu Nährstoff- und Energiedefiziten kommen, die weitere Komplikationen mit sich bringen können. Treffen auf dich mehrere der genannten Symptome zu? Wenn ja, ändere deine Ernährung, um deinen Körper zu entgiften und trinke mehr Wasser und reinigende Getränke. Suche einen Arzt auf, wenn die Beschwerden anhalten.